Naja, du bist ja diejenige, die immer noch anruft und sagt, im Gegenteil bitte raus, hier würde ich ein bisschen was kürzen. Nur um deine Karriere zu schützen. Meine Karriere musst du nicht schützen. Doch, wenn wir alles so drinnen lassen würden, wie wir das aufnehmen, würden wir beide in einem Baumhaus leben. Das kann ich dir sagen.